Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge im Bereich der Waffensachkunde. Ich habe heute hier eine kleine Übung vorbereitet, wie kann ich richtig visieren, wie kann ich richtig zielen, damit ich auch auf den Skistand richtig treffe. Wir müssen hier ganz klar unterscheiden zwischen statischen Schießen und dynamischen Schießen. Ich kann hier jetzt erstmal nur ein paar Grundlagen zeigen. Natürlich kommt das auch noch auf die Zielscheibe an. Wie wir hier sehen können, habe ich hier schon ein paar Zielscheiben aufgebaut und natürlich kommt das auch noch auf die Entfernung an. Wenn es um das Schießen auf den Skistand geht und vielleicht auch eine Prüfung, die bevorsteht. Wir schießen auf 25 Meter, meistens auf so eine Standardscheibe. Und wie ich die Pistole zum Beispiel richtig halte, dazu hatte ich ja schon ein Video gemacht. Das heißt, hier greife ich erstmal den Griff. Der Griff muss natürlich auch die richtige Größe haben und so weiter. Und dann muss ich unterscheiden, schieße ich einhändig. Das heißt, ich halte die Waffe nur mit einer Hand oder schieße ich zweihändig, greife ich hier also in die Mulde, so die Daumen voreinander ausgestreckt, der Zeigefinger hier über den Abzug. Das war noch mal ganz kurz dazu. Wenn ihr wollt, schaut euch das Video noch mal an. Wie halte ich die Waffe richtig? Also Pistole und Revolver noch mal getrennt voneinander. Denn da unterscheiden wir ja auch noch beim Revolver wegen dem Spalt zwischen Trommel und Lauf. Da kann ich also mit dem Daumen nicht zu weit nach vorne gehen, sonst gibt es Verbrennungen. Aber noch mal zurück zu dem, was wir heute machen wollen und das ist richtig zu zielen. Ich habe hier drei Punkte, die ich eigentlich scharf bekommen müsste. Das ist einmal die Kimme hier hinten und einmal hier das Korn. Und da gibt es auch noch Unterschiede, wie die so aufgebaut sind. Wir haben hier jetzt eckiges Korn und hier wunderbar so eine eckige Kimme. Das kann ich eigentlich am besten scharf stellen. Es geht ja auch noch um den Spalt hier zwischen, wenn ich das Korn also hier über die Kimme anvisiere. Und natürlich haben wir auch noch das Ziel, dass eventuell 25 Meter von uns entfernt sind. Ich habe hier wieder unseren Dummy, den wir hier in der Schule verwenden, der aber optisch hier genauso aussieht, jedenfalls von der Haptik her auch, wie so eine Schusswaffe aufgebaut ist. Und deswegen können wir damit hier auch sehr gut üben. Das heißt, ich halte jetzt beidhändig die Waffe nach vorne, greife jetzt hier zum zum Griff mit der zweiten Hand. Die Waffenhand verlässt ja diesen Griff nie. Auch wenn ich Revolver schieße, spanne ich ja hier mit der ja bei mir linken Hand. So, das heißt, ich visiere jetzt und jetzt schaue ich drauf und merke, oh, mein Auge kriegt das ja überhaupt gar nicht scharf alles zusammen. Wenn die Scheibe auch noch 25 Meter weg ist, dann wird mein Auge, die meisten gucken dann auf die Scheibe, natürlich war, da schieße ich hin, wird mein Auge die Scheibe dann scharf bekommen und dann ist meine Kimme und mein Korn völlig verschwommen. Das ist schon mal sehr schlecht. Das heißt, ich versuche dann so ein Mittelding zu finden und die meisten haben sich darauf geeinigt, dass wir das Korn möglichst scharf bekommen wollen. Das heißt, den Spalt dann hier und die Einrichtung der Kimme, damit ich das Korn gestrichen sehen kann, erfolgt dann hier leicht und scharf. Auch das Ziel wird dann leicht und scharf erscheinen. Aber wie ich schon sagte, wir kriegen einfach nicht alle drei Sachen mit unserem Auge scharf. Wenn ich mir die Zielscheibe angucke, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Modelle und wenn ich jetzt so diese Standardscheibe zum Beispiel bei einigen Disziplinen habe und habe die Waffe dann Fleck eingestellt, das heißt, die schießt auch wirklich dahin, wo das gestrichene Korn und die Kimme dann hin zeigt. Ja, ich versuche das mal hier. Selbst die Kamera kriegt hier nicht alles scharf. Man sieht jetzt schon, dass die Kimme leicht unscharf erscheint. Ja, und wenn ich das jetzt hier so an den Scheibenrand halte, wenn die Waffe nicht Fleck eingeschossen ist, dann würde ich die Mitte, also die Zehn hier dann treffen. Das heißt, einige Schützen stellen ihre Waffe bei statischen Schießdisziplinen dann so ein, dass sie nicht Fleck schießt, die Waffe, sondern dass sie hier an den Rand, da wo schwarz und weiß sich voneinander trennen, dass ich dann hier ins Weiße das Visier halte, damit ich das Ganze noch besser scharf kriege, dass ich hier einen besseren Kontrast habe. Das heißt, ich ziele eigentlich dann so hier hin. So, ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen hier im Bild. So halte ich hin und die Waffe schießt dann aber natürlich in die Mitte. Besonders bei 25 Metern ist es wichtig, ja, denn wenn ich jetzt das Visier einfach so hier ins Schwarze nichts halte, dann kriegt mein Auge hier überhaupt kein Kontrast mehr rein und damit ist es schwierig. Es gibt dann auch Disziplinen, wo ich natürlich eine Fleck eingestellte Waffe sehr gut einsetzen kann oder bei solchen Scheiben wie hier, denn da ist ja die Waffe auch leicht hingehalten. So sehe ich dann mein Korn scharf. Die Scheibe ist dann relativ unscharf, wenn es 25 Meter weit weg ist und mein Visier ist leicht unscharf, aber mein Auge bekommt eben nur eins dieser drei Dinge scharf gestellt und die meisten haben sich darauf geeinigt, dass wir die oder das Korn scharf sehen wollen. Am besten, ihr probiert das aber selber mal auf dem Schießstand aus, wenn ihr schon einigermaßen geübt seid und versucht euch dann mal auf eins dieser drei Dinge zu konzentrieren. Ganz schlecht würde das ausgehen wahrscheinlich, wenn ihr die Scheibe quasi anvisiert, also anschaut und dann die Waffe ins Ziel bringt, um dann zu schießen und dann würde ich auch einmal ausprobieren, hier einmal die Kimme scharf zu stellen und dann einmal das Korn scharf zu stellen. Ja, das sind so die Möglichkeiten. Ich gehe jetzt nicht noch weiter darauf ein, welches das führende Auge ist. Das werdet ihr auch noch rauskriegen und zwar sehr leicht, wenn ihr die Waffe so in die Vorhalte nimmt und dann einmal das Auge rechts und das links zumacht und wenn die Waffe wandert, dann ist das nicht das führende Auge. Das heißt, wenn ich jetzt hier links mein Auge schließe, merke ich, okay, die Waffe bleibt unverändert. Ich sehe mein Visier noch und umgekehrt, wenn ich das rechte Auge schließe, dann merke ich, okay, jetzt müsste ich die Waffe weiter nachziehen. Ja, da gibt es also noch viel mehr Sachen zu beachten. Wie kann ich richtig schießen? Was kann ich jetzt alles und das will ich auch gar nicht in dieses Video alles mit hineinpacken? Ein Aspekt ist heute gewesen, wo ziele ich hin? Wo bekomme ich auf der Scheibe Kontrast und worauf konzentriert sich mein Auge? Viele glauben auch, dass sie, wenn sie die Waffe hochhalten und einmal über die Waffe gucken, dass sie Visier und Korn und Scheibe scharf sehen können. Aber das ist eben nur im Millisekundenbereich, dass das Auge hin und her eigentlich wechselt. Ja und ja, das ist natürlich auch sehr ermüdend. Eins, zwei, drei Schüsse werden dann vielleicht noch einigermaßen gut ausfallen, aber wenn wir 30 oder 60 Mal schießen und das Ergebnis immer wieder reproduzieren möchten, wird das wahrscheinlich nichts werden. Probiert das selber aus. Ihr könnt mir ja schreiben, was für euch besser war, ob über das Korn, über die Kimme, wahrscheinlich aber weniger über die Scheibe die besten Ergebnisse erzielt werden. So, das war es heute wieder zum Waffensachkunde mit dem entsprechenden Thema. Heute war das, wie kann ich richtig Visieren mit einem offenen Visier über Kimme und Korn. Vielen Dank für das Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao.